10 Tipps, um reich zu werden. Wenn du dieses Video schaust, diese 10 Tipps befolgst, kannst du gar nicht verhindern, vermögend zu werden. Los geht's. Kurz vorneweg, mit reich meinen wir nicht Champagner, Korken, Knallen, Rolex tragen und Yachten fahren, aber wir beide waren mit Mitte 30 finanziell frei. Wir sind beteiligt an 240 Immobilien, also Wohnungen, die uns passives Einkommen bringen und haben als Unternehmer viel Geld verdient. Und deshalb glauben wir, wir können 10 Punkte rausarbeiten, die euch helfen, vermögend zu werden. Punkt Nummer 1, kenne dein Warum. Es wird ein Prozess sein, der anstrengend ist, vermögend zu werden. Das heißt, überleg dir ganz genau, warum du das machen willst. Möchtest du viel Zeit im Leben bekommen, um sie zum Beispiel mit Familie oder Freunden zu verbringen, um Aktivitäten nachzugehen, die dir Spaß machen? Oder möchtest du vielleicht ortsunabhängig an jedem Ort der Welt arbeiten können? Und überlege dir sehr genau, warum du dich auf den Weg machst, dieses Thema jetzt mit Energie zu versorgen, damit du auch langfristig dabei bleibst. Punkt Nummer 2, du wirst für jede Art von Vermögensaufbau Eigenkapital benötigen. Und dazu gehört, dass du irgendeinen Weg erstmal hast, Geld zu verdienen. Zum Beispiel als Angestellter natürlich da auch irgendwo einen Wert darauf legst, Karriere zu machen, voranzukommen, mehr Geld zu verdienen. Und dann musst du davon aber auch wirklich konsequent einen signifikanten Betrag zur Seite legen, der für deinen Vermögensausbau gedacht ist und den du nicht verkonsumierst. Die allermeisten Leute, gerade in Jungenlahn, legen viel zu wenig Geld zur Seite für den Vermögensaufbau. Punkt Nummer 3, gib weniger Geld aus, als reinkommt. Baut auf den Punkt von gerade logischerweise auf. Schau dir immer an, dass deine Ausgaben deutlich geringer sind als deine Einnahmen. Es lohnt sich ein paar Jahre quasi wie ein Frugalist zu leben und auch sobald die Einnahmen steigen, nicht sofort anzufangen, mehr zu konsumieren, sondern noch ein bisschen das in den Vermögensaufbau zu stecken, damit es hinten raus dann besonders viel Spaß macht. Punkt Nummer 4, Zeit in den eigenen Vermögensaufbau investieren. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über das Geld gesprochen, das die Basis ist und wo das herkommt. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass du dieses Thema mit Zeit versorgst. Wenn du ständig die ganze Energie nur in den eigenen Job, in die nächste Beförderung und sowas steckst, dich nicht damit beschäftigst, was mit deinem Geld passiert und wie dein Vermögen wachsen soll, dann wird an der Stelle auch einfach viel weniger rauskommen. Auf deine Lebenszeit gesehen ist das aber der viel, viel größere Hebel als das, was du jeden Monat aufs Neue mit deiner Arbeitskraft verdienen sollst oder verdienen kannst. Insbesondere, wenn du irgendwann einmal wirklich finanziell frei sein, also nicht mehr auf dein Arbeitnehmereinkommen, deine Arbeitszeit angewiesen sein möchtest. Du musst dieses Thema, insbesondere auch was Zeit angeht, mit Energie versorgen. Punkt Nummer 5, du musst extrem produktiv werden. Wir haben die Beobachtung, dass viele Leute einfach nicht wirklich produktiv sind in dem, wie sie die eigene Arbeit organisieren. Und wir, als wir uns auf den Weg gemacht haben, vor einigen Jahren Unternehmer zu werden, einen Immobilienbestand aufzubauen, sind sehr, sehr große Fans davon geworden, sehr, sehr diszipliniert, uns für uns zu überlegen, wie gestalten wir unseren Tag? Wann arbeiten wir an welchen Aufgaben und was bekommt eben Zeit? Also was sind Prioritäten, was sind Dinge, an denen wir arbeiten wollen und wie stellen wir sicher, dass das im Alltag auch wirklich funktioniert? Zum Beispiel mit einer Morgenroutine, mit klaren Slots, in denen du konzentriert arbeitest, andere Slots, an denen du telefonierst. Du musst dich wirklich darum kümmern, deine Zeit sehr, sehr produktiv zu investieren. Punkt Nummer 6, du brauchst zweistellige Renditen. Und das klingt jetzt erstmal wahnsinnig ambitioniert, aber wenn du wirklich mal dir Tabellen raussuchst oder das selber für dich mal durchrechnest, inklusive auch Inflation, Geldentwertung und so weiter, wenn du wirklich finanziell frei werden möchtest, musst du auf das von dir eingesetzte Geld zweistellige Renditen haben. Ganz wichtig, auf das von dir eingesetzte Geld. Da steckt nämlich auch schon der eigentliche Tipp drin, du solltest am besten Investitionen tätigen, bei denen du zusätzlich Geld anderer Leute, also Geld von der Bank, deine letzter Konsequenz, nutzen kannst, um dein Eigenkapital zu hebeln. Das nennt sich Hebeleffekt, das machen unter anderem alle Unternehmen so, ist ein ganz normaler Vorgang, einfach Fremdkapital mitzuverwenden. Das führt aber dazu, dass du überproportional hohe Eigenkapitalrenditen hast, auch wenn das Basisinvestment erstmal noch gar nicht so lukrativ ist. Es hat auch nichts mit zusätzlichem Risiko oder ähnlichem zu tun, es hängt halt total an der Investition, die du tätigst. Das ist ein so krasser Effekt, dass wir das immer das Geheimnis des Kapitalismus genannt haben, da entsteht der eigentliche Vermögenshebel. Punkt Nummer sieben, abonniere diesen Kanal und lasse uns ein Like da. Nein, ist natürlich nur Spaß, das wäre auch toll, aber Punkt Nummer sieben, hebe aktiv Vermögen, indem du unternehmerisch denkst. Viele Leute haben viel Vermögen aufgebaut, dadurch, dass sie unternehmerisch tätig waren. Damit meinen wir nicht, dass du dich auf den Weg machst, das nächste Facebook zu erfinden und Milliardär zu werden. Wir meinen damit aber, dass du aktiv Vermögensaufbau betreibst, weil nur so sind zweistellige Renditen möglich. Was könnte das sein? Das könnte es zum Beispiel sein, auf Immobilien bezogen, dass du eine Immobilie deutlich unter Marktwert einkaufst. Generell auch abstrahiert. Dinge zu kaufen, die schon beim Kauf mehr wert sind, als du bezahlst, hebt logischerweise Vermögen. Das geht mit Aktien schwierig, weil da zahlt jeder den gleichen Preis. Bei Immobilien zum Beispiel geht das, indem du dich darauf spezialisierst, dir Wissen aneignest und im Ankauf gut verhandelst und so eine Immobilie unter Marktwert kaufst. Und du gehst vom Notar nach Hause und hast bereits Vermögen gehoben. Oder, auch sehr unternehmerisch, du hebst den Wert einer Immobilie oder könnte auch eines Gebrauchtwagens sein, indem du aktiv dich darum kümmerst, dass der Wert steigt. Bei der Immobilie könnte es sein, du baust eine Küche ein oder du bringst die Wohnung wieder in guten Zustand. Du vermietest sie neu und kriegst mehr Miete für die Wohnung. Plötzlich ist dein ganzes Investment mehr wert geworden und du hast Vermögen aktiv gehoben. Punkt Nummer 8. Geh nicht pleite. Verkackst einfach nicht. Es gibt keinen Grund und es ist nicht sinnvoll, auf irgendeine Art All-In zu gehen beim Thema Vermögensaufbau. Also in extrem risikoreiche, natürlich vermeintlich auch chancenreiche Anlagen reinzugehen, in der Hoffnung, dass genau da jetzt irgendeine Kursexplosion oder irgendein Sondereffekt zum Tragen kommt. Weil wenn da am Ende deine Sparleistung, dein Eigenkapital von vielen, vielen Jahren oder von allem, was du im Vermögensaufbau bisher gemacht hast, verloren geht, das wird dich einfach so weit zurückwerfen, dass du es möglicherweise nicht wieder einholst. Und nochmal, es ist überhaupt nicht nötig, besondere Risiken einzugehen, wenn du verstehst, wie Vermögensaufbau wirklich funktioniert, wie die Anlageklassen funktionieren und wie du eben Fremdkapital vernünftig einsetzen kannst. Punkt Nummer 9. Zeit bringt Geld. Mach dir einfach diesen Zusammenhang klar, dass es einen Zinseszinseffekt gibt, dass Geld über die Zeit arbeitet, wenn du gut damit umgehst, also viel davon zur Seite bringst und es mit zweistelligen Renditen ans Arbeiten bringst. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte reich und vermögend in 30 Jahren sein, hast du eine viel leichtere Aufgabe, wie wenn du sagst, ich möchte reich und vermögend in drei Jahren sein. Mach dir den Effekt klar, dass das Ganze eher einem Hockeystick folgt und keine gerade ist. Da folgt jetzt auch direkt darauf passen, Tipp Nummer 10. Kurs halten. Wenn du dich am Anfang damit beschäftigt hast, welche Anlagekategorien es gibt, wie die funktionieren und für dich das Richtige herausgefunden hast, wenn du Zeit investiert hast, das wirklich zu erlernen, wenn du da Geld investiert hast, wenn du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, wenn du vermeidest, unnötige Fehler zu begehen, unnötige Risiken einzugehen, dann ist das Allerwichtigste am Ende, dass du diesen eingeschlagenen Pfad dann auch wirklich konsequent gehst, einen Schritt nach dem anderen, dass du Kurs hältst, dass du dabei bleibst, dass du deine Strategie nicht aufgrund von irgendwelchen kleineren Marktphasen oder hin und her am Aktienmarkt oder wo auch immer, weil sich die Zinsen irgendwo verändern, dann wieder von links nach rechts bewegst, weil das Dümmste, was du tun kannst, ist ständig die Pferde wechseln, in dem Glauben das Beste zu tun und am Ende keine einzige Anlage wirklich die Chance gegeben zu haben, sich über genau die Zeit zu entwickeln, die es braucht, um diesen Hockeystick am Ende zu sehen. Wenn du dabei bleibst, wenn du Kurs hältst, kommt genau das zum Tragen, was Marco gerade gesagt hat, dann kannst du über die Zeit gar nicht verhindern, dass du sehr, sehr wohlhabend wirst. Und kleiner Bonustipp zum Schluss. Umgib dich mit Menschen, die dasselbe vorhaben, begebe dich in ein Umfeld, das selber Vermögen aufbaut und lerne von Leuten, die es schon getan haben. Und das ist unsere große Mission bei Immocation. Wir haben uns auf den Weg gemacht, eine solche Community zu bauen, ein System zu schaffen. Wir nennen das Ganze die Immocation Masterclass. Das ist ein sechsmonatiges Ausbildungsprogramm mit 20 Coaches, 20 Immobilienprofis, die die Teilnehmer begleiten auf genau diesem Weg, die sie Kurs halten lassen und aktiv Vermögen heben lassen. Wenn das für dich interessant klingt, am Samstag, dem 13. Mai, beginnt die Bewerbungsphase für den nächsten Durchgang unserer Masterclass. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann geh jetzt auf immocation.de slash Masterclass. Da findest du alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung. Wir freuen uns auf dich.